Mal los. So, ich möchte wieder hier nach oben. Bin ich hier wieder drauf hin, ja. Das ist schön, das ist ein guter Platz. Mein Gott, was war das denn? Hm. Die sind unter der Brücke hier. Mal nach unter den Bahnschienen. Aber wo? Mal nach unter die Brücke. Was? Oh, oh, oh. Diese Zweilfrichtung! Herr, was der Glück! Ich bin giving up! Komm her! Komm her! Oh nein, wer kriecht hier an der Seite lang, warum? Das ist ja unfair Ich bin wieder zu Anna Oh mein Gott Ich bin wieder zu Anna 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 Geile Ich bin wieder zu Anna 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 Was soll denn das? Das ist nicht so nett Oh, da kommt ein Panzer Da ist immer noch ein Panzer Was ist das? Ich bin wieder zu Anna Ich bin wieder zu Anna Aaaaah! Warum?! Ah, ah, toll! Oh, noch eine Handvoll Gegner! Macht mich fertig! Oh, mach! Verteidig auf vier! Was ist der Zeit? Geh dir! Geh dir! Geh dir! Geh dir! Hälfte Hilfe schnell! Ah, Sanitäter! Ja! Schirr fest! Dicht! Mach die Lagen, die sie fest! Geh dir! Achtung! Gaffe, Granate! Da die Zähne! Polizieren! Versterben! Ja! Ach, come on! Jetzt kommt er noch von da hinten oder was? Du redest mal mit einem Schuss! Ich sterbe! Ich brauch Hilfe! Ja! Schöne Sache! Nein, der ist im Kampf schon, ne? Ich hole mir ein von ihm! Gehen wir, Soldaten! Nein, ich bin nicht so lange durch! Ich bin nicht so lange durch! Oh! Nun, 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 nun! Wir haben gegen die militärische Macht der Deutschen unsere Qualitäten bewiesen! Sie konnten Rotterdam nicht einnehmen und belagern jetzt die Stadt! Letztlich können wir diese Schlacht nicht gewinnen! Das wird über die Bedingungen der Kapitola zu achten! Mhm! Das Leid der Zivilbevölkerung muss ein Ende halten! Okay! Ich darf jetzt auf, ja! Scheiße! Ich darf jetzt auf dem Weg. Nein, 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 nein! Wo, 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 wo wo? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Okay. Ja. So, aber jetzt nehme ich mal, was ist denn das? Aber ich nehme mal ein anderes Visier, weil das finde ich echt, das Reflexvisier finde ich voll für den Arsch. Ich nehme mal das, das ist scheißegal. Beitreten. So, dann nehmen wir gleich den Hammer in der Hand und dann werden wir ein bisschen basteln hier. Oh. 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 Okay, dann haben wir ein bisschen umdreher aufgeatmet. Okay, komm Junge, wir bauen hier. Halt's gerecht, jetzt geht's. Das war's für heute. Lalalala Alle Falken, Fluriebaut Bisschen Röwersbommen Oh, überall Wir haben Ziel Anton verloren Soldaten, alle Ziele müssen verteidigt werden Durchhalt, verteidigt das Ziel Der Feind darf diesen Sektor nicht einnehmen Achtung, wir müssen alle Ziele verteidigen Lalalala Lalalalalala Ah Zum Röwersbommen Wie cool Lalalala Tauberdreh ULUJA Weg Geht zu spät Juhuhu Warum machte mir das klar Dachter? Okay, helfen wir, danke. Bäm, hat's gemacht. Ah, danke. Ich kann mich hier nicht so unhauten. Oh Mann. Alter, leck mich. Leck mich fett. Lüge-Ei-Schnippers. 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 Alter, ja nice. Verdammt. Ich war ihm von den Spohnen definitiv nicht. Ach, Mann. Mal wieder. Wir kämpfen gemeinsam! Verwachen. Verwachen. Ich war sie. Verwachen. 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 Blöde Position hier definitiv Ich komm hier aus nicht raus Warum? Oh Gott, die sind alle hinter uns Ok, ich hab ihn gesehen Wirklich nicht War aber nichts Spannung Warum ist der Einsatzpunkt denn nicht wählbar? Wirst du mich verarschen oder was? Ich hab ihn nicht Blöde Mit dem Verlust der Stadt haben wir Holländer kapituliert. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Evakuierung der Regierung und der königlichen Familien. Wir werden ihren Kampf weiterführen. So, der nächste hält dich. Was ist das? Aufkehre, äh, viel Belohnung, was, 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 was? Unser Erfolg in den Ardennen hat uns den Weg nach Frankreich geöffnet. Unser nächstes Ziel sind die feindlichen Artillerie-Batterien. Sprung, schuldig.